Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play eure Custom-Level in Spamara Flash 2, Folge 72. Äh, okay, heute ein Level, äh, ich hab ja eben schon angetestet. Heute ein Level von Valentins Wett und er meinte, er ist nett, weil es sein Geburtstag ist. Das wurde am 7.11. geschickt, heißt er, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Aber was muss ich denn hier machen? Guck mal, da fällt direkt die Blume hin. Das Level ist mal wieder sehr komisch. Ähm, ja, kein Plan, er meinte noch irgendwas, ähm, er hat das Neue geschickt, den Code, und... Was meint er hier mit nett? Das ist auf gar keinen Fall nett. Ähm, es wäre immer, ich sag's immer, es wäre vorteilhaft, wenn ihr den Level auch selber geschafft habt, weil... So, das macht keinen Sinn. Ähm, mir immer irgendwas zu schicken, was nah zu unmöglich ist. Ich drück jetzt mal nix. Da passiert aber auch nix, oder? Ja, aber dann land dich da, was ist denn das? Hä? Ich check gar nix. Ne. Ähm, was ist das? Achso, ich muss direkt nach rechts halten. Ja, das ist schon mal... Das ist auch komisch. Ich darf jetzt irgendwie nicht am Anfang drücken, sonst sterbe ich. Das ist ein... Ne, jetzt sterbe ich die ganze Zeit. Ach, komm mal, wenn ich den Checkpoint erreicht hab, dann spawn ich da. Boah, ey, ne, das ist... Das ist nicht gut. Das ist... Das ist echt fies. Äh... Ja, und da läuft man in den Abgrund. Ähm... Ja, jetzt sterbe ich auch wieder die ganze Zeit. Auch, komm, das ist... Das ist... Das ist nicht gut. Das... 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 Ähm... Nein. Nein, 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 nein. Das spiel ich da nicht. Also, wenn man es so mal ankommt, dann spawn... Spawn, genau, dann spawnt man irgendwie da beim Checkpoint. Hier fällt mir immer runter. Das ist meiner Meinung nach schon ziemlich unfair und dann auch echt, äh, nicht mehr ein gutes Level. Wenn ich das jetzt mal so sage. Also, trotzdem danke für das Bauen und danke, ähm, fürs Gesehen, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.